herzlich willkommen leute zu einem kleinen ründchen golf mit items denn hole in one geschlagen hat der nächste bitte mit kundra der ein hole in one geschlagen hat und mit und ich bin auch dabei und ich bin auch dabei haben wir das geklärt in 50 jahren wieder mit ist möchte ich das als intro davon wir spielen nach langer zeit mal wieder golf mit kollision ja das ist schon mäßig an auf der map also das wollte er so weil die strecke relativ simpel sein soll also das soll eine chillige 18 bahn strecke mit schönem design sein billige dinge sind wenn man sich selber gegenseitig boxen kann also leute ihr wisst ja golf geht immer das ist ja eine bekannte regel deswegen schauen wir das war ein gegolft ich war an der kante ich habe immer noch kein kein gefühl dafür wie ich habe immer noch kein gefühl da du hättest ja hier bin weg aber schick ist sie also auch wenn ihr euch ja umguckt ist schon schöne bahn du kannst nicht boxen solange ich war doch oben oh nein wie kann man sich dann nur teilweise zurücksetzen f glaube ich das zum respekt sollen die ist aber also wenn diese sehr sehr kompakt gebaut man sieht ja so viele bahn deswegen ist das schöne kulisse ich will auch mit düsen nehmt mich mit ja ist das ein scam ist das ein scam ist das ein widerlicher was beschwerst du dich überhaupt ja also er beschwert sich über scam der einzige der hier beschissen wird bin halt ich wurde von euch also die und items ja schon auf dem er ganz am anfang blockiert also gibt die wollte ich blöcke an dich nicht es ist immer einfacher über bande zu spielen als direkt und fliegs vielleicht raus mit der bande ist immer einfacher das geht ja gar nicht in einem also wie soll der winkel ich habe es überhaupt nicht gecheckt bis jetzt auch wie kann man komplett zurücksicht was bringt dir das weil du musst dich so machst ja ja das bringt dir also die aus eine situation lässt dich doch überhaupt nicht da rein schlagen es war also egal wo du liegst wenn ich tab drücken dann steht da dass ich 19 bin im gegensatz zu euch da habe ich schon alkohol trinken komm schon der speed ist gut kann man das genau schaffen oh die könnte man und ich meine strecke so der ah hallo kunra oh genau so den hätte man hole in one machen können irgendwie da items hat glück direkt das ist aber nicht hole in one ja aber das ist ein hole in von da ja der letzte hintere glaube ich treffen ja genau das habe ich gar nicht gesehen das ist ja eine reine timing sache bumm oh gott items hätte mich fast nicht abgewehrt bumm nein jetzt haut der mich weg ne da drücke ich R oh jetzt liegt der wieder weiter bumm boah gippy nutzt den ping vorteil den er hat in dem er keinen hat äh hallo gippy ich bleibe jetzt zwei minuten hier liegen er liegt so gerade er kann nicht sogar an ihm vorbeispielen können nein nein ja weg mit dir das gibt es ja gar nicht das ist aber gut geteilt muss man sagen ja wer hat es geschafft das gibt es doch gar nicht der looping genau ich wollte gerade sagen der zieht sich doch zusammen hallo leute ne ich stand perfekt ähm perfekt wofür du musst doch nur hoch oder oh hast du mich gerade moment was passiert da da oben du darfst nicht allzu feste verstehe weg mit kippie oh daneben ah danke da haben wir ein bisschen geholfen oh boge ist ja alter 31er ich bin richtiger der sieg ist auch echt cool ja die die ich nicht höre oh das war ok das war ok oh das war schlecht aber eine designtechnisch sehr schöne nicht die schwerste strecke aber unglaublich gut gemacht ok aber eine designtechnisch sehr schöne nicht die schwerste strecke aber unglaublich gut gemacht oh gott das war zu nicht zu fest perfekt ja das ist ein sehr schönes genau wie du es berechnet hast wisdom is born from foresight foresight weg da mhm interessant du weißt dass er da liegen bleiben wird oh er geht doch weiter ihr seid die andy maids oh da bin ich ihr liegt da alle im weg danke du bitte ne du hast mich raus geworfen ne du hast mich raus geworfen hehehe danke hehehe hehehe oh nein hey kommt immer wieder zurück ja du der lu also der du musst ein bisschen seitlich spielen ich werde mich spielen ja du ja also guck ihn dir mal an also wenn du gerade durchschließt kannst du da nicht ich gucke da nicht hin wisdom is born from foresight hehehe das steht doch sogar siehst du da sogar die weichheiten ne nein nö ich kann nicht lesen hehehehe also versuch's nochmal also jetzt könnten wir weitermachen wenigstens den eingang wieder zu treffen also jetzt könnten wir weitermachen wenigstens den eingang wieder zu treffen hehehe hehehe also weiß nicht aber auch wo kann man denn fliegen hehehe wie kann man denn hier fliegen wie kann man denn hier fliegen ja komm mann baluii hehehe hehehe schon ein bisschen länger auf jeden Fall hehehe 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 hast du vorbeigeschlagen ja haurig ja irgendwo traurig hehehe 10 strokes scheiße da wollte ich zu viel wenn du zu knapp ranfst jawoll eine oh er ist dran hehehe hehehe oh guck mal er sagt ich hab ein schönes paar Hosen oh guck mal mit den Tricks ja jetzt fahren zwei hintereinander gemacht ja jetzt fahren zwei hintereinander gemacht auf den welcome to jackets hehehe auf den niedlernen Stamm gespielt moin ding moin ding moin ding moin ding moin ding der Gippie Style so Kuntran ein Leben am Limit war jetzt ganz schlecht oh Gippie ist mittlerweile letzter das ist natürlich eine interessante Wendung in die geschehen wo bin ich denn hingeflogen oh was zur Hölle naja doch schön du kriegst nen Boost noch zwischendurch wenn du zu doll in den Boost reinfährst hi Dalu oh Gott nicht hier liegen bleiben hallo komm wir stupsen Gippie oh ja hallo 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 komm wir stupsen Gippie hallo hallo Alle auf 3. Alle auf 3 schlagen zum Loch. Auf 1,30 oben rechts. Schlagt ihr alle zum Loch. Okay. Schade. Ich hätte gerne einen perfekten Spiel zugesehen. Was, Alims wieder? Wir haben alle dasselbe gemacht. Du hast aber gewonnen dadurch. Was ist das jetzt? Wenn du gegen mich Glücksspiel betreibst, wirst du halt Pech gehabt. Oh nein, ich wurde in meine Ecke geschickt. Ja, das war blöd. Ja, ich hätte noch gewartet. Hi. Wir haben Mexican State of here anscheinend. Das ist, wenn die Sprache einfach AFK geht. Natürlich schafft ihr das. Huiohoi. Huiohoi. Huio. Huio. Gott sei Dank, da kann man noch. Ein Gepi. Boah. Das ist immer gut, ey. Schau auch noch. So, jetzt kommt. Ja, Kondra. Ja, Kondra. Hallo Dalu. Oh. Oh. Jetzt liegst du, jetzt liegst du gut, damit er dich wegschießt. Naja, bringt ja ja kein Zugsatz. Nee, nee, nee. Egal, oder? Ich denke halt nicht, dass... Ich glaube halt schon, dass der andere Weg besser ist, aber es bringt nichts. Ich flieg halt die ganze Zeit raus, ne? Du hast mich allerdings auch gerade getroffen, das könnte das daran gelegen haben. Da vorne ist das der End. Oh ja, stimmt der End. Na! Die Kondran. Oh, Kondran. Kondran fällt runter. Kann zu springen? Nee. Ja, die Map, du siehst ja, wo die Map manchmal eckig, also so nicht gut zusammengebaut ist, da hinten bei der Schrägen. Aber schön ist sie trotzdem. Ja, das ist auch ein Fall. Hips. Das war wieder gar nix. Die kenn ich. Oh. Items. Komm schon, Gippie schlägt daneben. Ey, jeder hat es geschafft. Nice. Yay. Obwohl Dalo und ich Zweikampf hatten. Was passiert da drin? Ah, man hätte fester machen können. Oh. Okay, man sollte nicht zu... Ey, ich bin auf der ganze Zeit an der Bahn! Ich bin wieder auf Fun Elf! Oh. Dank. Danke. Ja, ne? Oh, das ist aber schön. Kann ich das auch anspielen? Nee, oder? Doch. Müsste gehen. Nein, geht nicht. Den hätte man mir geben können. Das ist aber ein schöner Schlag gewesen. Boah. Ach, ich muss hier nach links, oder was? Boah. Das ist echt schick gemacht. Was ist das denn krasses hier? Und jetzt gibt ihn eins. Von da. Ja. Schade. Hui. Items schockt den zweiten Platz noch. Ist das dein erst? Ja. Oh, schade Kunden dran. Nicht, wenn ich den in eins schaffe. Das ist doch nicht. Ja. Das ist das letzte, oder? Das würde mich sehr ärgern. Ja. 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 Drei. Zwei. Also zwei Überpaar. Ärgerlich. Aber ungefähr so gespielt, wie man sollte. Ja, hier diese Achterstrecke war es. Ansonsten eine sehr, sehr schöne. Ja, The Beginners Haven Version 1.0. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Eine kleine Runde Golf wird für zwischendurch. Kein Like da. Ein Abo da lassen. Nicht vergessen. Schaut bei Items. Geben im Kuhlern vorbei. Bis zum nächsten Mal. Machs gut. Tschau. Tschüss. вид